Ich gebe also zu. Der Titel Nie ohne Bodyguard hört sich ein bisschen nach Kevin Costner und Whitney Houston an. Ist es aber nicht. Zumindest der weibliche Teil, der fehlt. Whitney. Es geht hier um einen Mann, der sich in die Ghettos wagte, die heute noch bestehen. In Ghettos, in denen nur Roma wohnen in Tschechien. Und ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil ich würde sowieso alles vergessen, was da alles läuft. Zuhälterei und Trockendealer, ist ja eh klar. Organhandel, Kinder verschwinden und Organe werden gehandelt. Frauen verkaufen die Tiere. Schießereien, es ist nur ein Teil. Und da geht dieser Mann rein und braucht natürlich einen Bodyguard. Einen oder zwei neben sich, die hier die Muskeln spülen lassen und die auf ihn aufpassen. Er wollte das nicht, aber andere sagten, du gehst hier nur mit diesen Bodyguards rein. Also von daher, es ist ein spannender Film und ich wünsche euch, dass euer Herz berührt wird von dem, was dieser Mann erzählt. Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Genau, genau. Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung. Mit Thomas oder was weiß ich. Studiert noch Medizin. Jetzt hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, dass es war. Ich habe einen Film gesehen, da sangen Roma ein sehr eindrückliches Lied. Die saßen, glaube ich, im Lagerfeuer. Sie singen, dass sie geliebt sind und dass wirklich Gott sie liebt. Und dass sie Gott loben deswegen auch. Das hat mich schwer beeindruckt. Du arbeitest, du bist Sinto und arbeitest unter Sinti. Und Roma. Und Roma. War das von Anfang an klar, das ist dein Ziel, da gehst du drauf zu oder wie kam das? Nein, eigentlich nicht. Ich habe ja in Neuwied in der Gemeinde gedient und da habe ich Straßenarbeit gemacht. Dreieinhalb Jahre. Und natürlich sind die auch gedient, hatten einen Hauskreis gemacht. Aber der Punkt war Straßenarbeit. Da war eigentlich mein Herz, um auf die Straße zu reden. Wie kann man sich das vorstellen, Straßenarbeit? Raus aus dem Haus, Tür zu und jetzt? Ja, es ging so, ich war im Stahlbau, habe ich gearbeitet. Und nach der Arbeit habe ich mich entweder schon geduscht auf der Arbeit und dann direkt auf die Straße und dann nach Hause oder andersrum. Und dann habe ich mal eine schwere Lutherbibel, meine Lederjacke, da stand drauf ganz groß, dieses lieb dich. Und da stand ich halt da in der Statue. Und da haben sie mich manchmal nur blöd angeguckt. Und dann kam so, dass ich auch mal einen geistigen Durchblick hatte, leider nicht so oft, bei Menschen. Und ich konnte in ihr Leben reinsprechen. Und das hat natürlich getroffen. Und ich konnte ihnen auch helfen, gerade dann in die Seelsorge. Und da war ich manchmal im Kaffee, war nebenan, drei Stunden habe ich mit einem Mann über mir Seelsorge gemacht. Und der wurde wirklich frei. Und anderen ging es auch viel besser. Und dann kam dann immer mehr. Da haben sie gesagt, hier, da ist der Mann, der redet hier was. Geht mal zu dem Mann, der da immer steht. Ja, ja, den kenne ich, der hat mir auch geholfen. Und da haben sie gesagt, woher weißt du, da haben wir noch etwas von der Bibel. Da habe ich gesagt, ich werde Christen. Das sahen sie ja auch, aber da hatte keiner gedacht, dass Gott ihnen hilft. Da dachte ich, ich wäre so, irgendwie so ein Seelemacher oder so. Wunderbar. Da habe ich ihnen dann das Evangelium. Da haben sich auch viele bekehrt. Und da hat sich sogar eine Stadtgemeinde kam. Jeden Donnerstag kamen so zwölf Leute. Die Nicht-Christen haben mich sogar eingeladen zum Kaffee, Kuchen. Und dann nach eineinhalb Jahren war die Stadt bekannt. Da hat einer gesagt, du bist Bekannter für den Bürgermeister von Neuwied. Ehrlich jetzt. Ich wusste noch nicht. Und die Obdachlosen haben mich gemocht. Doch. Und so. Du sie auch. Ja, auf jeden Fall. Man muss sie verstehen lernen. Dass sie mich verstehen eigentlich. Also es ist miteinander. Ich habe nie gefragt, warum bist du jetzt auf die Straße? Das hat mich auch weniger interessiert. Ich habe immer gesagt, was ist passiert mit dir? Hat dich deine Frau verlassen oder sowas? Da haben sie erst mal gelacht. Aber meistens war das so. Die Frau haben sich verlassen. Malo, 40 Jahre sind sie auf die Straße gelandet. Da waren einige. Und wie kommt man von Neuwied als Straßenprediger? Wie kommt man dann nach Tschechien? Ja, das war so. Ich war, äh, 95 war ich mal in Rumänien. In Dorohoi. Das waren hinter die Krabaten. Und da kam ich in ein Roma heim. So ein Kinderheim. Und ich sollte da Lebensmitteleinheit hinbringen. Das haben sie aufgemacht. Die Tür. Es war dunkel. Es war nicht mal ein Fenster. Es ging das Licht an. Es waren da 20 Kinder drin. Und das sah schrecklich aus. Wie die aussahen. Die haben da hingemacht. Da lag alles da. Und die sind dann gegen uns gelaufen. Alle haben mich gegen die Wand geknallt. Und haben uns dann geschrien. Und da ist mir erst mal bewusst geworden, was ich da sehe. Und das hat mein Herz auch schon getroffen. Die wollte keiner haben. Da ist auch keiner hingegangen. Und dann, wie ich nach Hause kam, habe ich für Romnissarbeit Marburg gearbeitet, als Bibelübersetzungshelfer. Und da habe ich eine E-Mail bekommen. Und die E-Mail sagt, Herr Walter, Sie arbeiten da und sind die Roma. Wir brauchen Hilfe. Wir haben sich in Khep Mafia bekehrt. Ein Teil. Können Sie uns da helfen? Wo war das? In Khep. Tschechien. Hinter der Grenze gerade. Weil wir saßen Oberpfalz und dann direkt da rüber. Da habe ich gesagt, ja. Und da habe ich sechs Wochen einen Termin gegeben. Und dann lief die Zeit. Und ein Mann wollte mit mir noch mitkommen. Und einen Tag vorher ruf ich an, bist du bereit? Sagt er, nee, ich komme nicht mit. Und da habe ich mit die Angst bekommen. Mafia, dachte ich. Bekehrung. Khep. Und da rufe ich den Mann wieder nochmal an. Aber sind die wirklich alle bekehrt? Sagt er, ja, Rudi, wirst du alle lieb haben. So, hat er gesagt. Und dir ging die Tüße. Ja, er schnicht. Aber wie wir da rüber gefahren sind, und haben wir in der evangelischen Kirche gepredigt, und da standen schon finstere Gestalten da vor dem... Ja, genau, zumindest zwei von denen. Und danach steht sich der Missionar auf und sagt, ja, Rudi, ich fahre jetzt. Du bleibst da hier. Ich habe gesagt, wie, ich bleibe hier? Ja, du. Und wo mein Hotel? Christiane Hotel. Nee, du schläfst hier beim Bärlo, der ehemalige Mafia-Boss. Bei dem übernachtest du. Ich sage, was? Ja, und so kam ich da hin. Da bin ich bei denen in der Wohnung. Ich kannte keinen Menschen da. Ich keinen Namen gar nicht. Ich bin einfach so in kalter Wasser gesprungen. Und so kam ich zu der Arbeit dann. Waren das Sinti dann? Nee, Roma. Roma waren das. Tschechische Roma. Und ehemalige Zuhälter, Drogendealer. Und die haben sich dann bekehrt, sind drogenfrei geworden. Und die Frauen haben sie abgegeben. Einer hat acht Frauen gehabt. So, und da habe ich gesagt, das geht ja nicht. Er hat sechs abgegeben, ne? Hat er noch zwei behalten, weil er Kinder hatte. Da habe ich gesagt, du kannst nicht alle gehen. Für die musst du dich versorgen. Für eine musst du dich entscheiden. Für andere Frauen musst du sorgen, ne? Wie kann man sich das vorstellen, als jemand, der davon, ich sage mal, keine Ahnung hat. Der die Mafia-Szene nur von Büchern kennt oder aus dem Fernsehen. Was geht da ab? Ja, das ist einfach schrecklich. Frauen werden gehandelt wie Tiere, wie Viecher, wie Kühe. Die, da wird eine tschechische Frau, eine Roma-Frau an der deutsch-tschechischen Grenze gebracht. Der Käufer gibt ihnen 1.000 Euro und sie geht rüber. Und die Frau gehört dann ihm? Ja. Er nimmt ihr dann den Personalausweis weg, dass sie nicht mehr rüberkommen kann. Da war noch so 2005, 2006 war noch die Grenze. Und so sind die dann in Deutschland in die Häuser gegangen. Und er hat sie für sich arbeiten lassen. Ja. Auch Kinderhandel, Organhandel war ganz schlimm. Gerade die Zeit 2007, 2008 sind Kinder verschwunden einfach. Das war das. Und die Frauen waren nichts wert. Wusstest du das, als du dich nach dort aufmachtest? Nein. Das war für mich eine ganz neue Welt. Gingst du allein oder mit Familie? Erst alleine. Ich habe meine Frau erstmal gar nicht mitgenommen. Ich war alleine da, eine Zeit lang. Ich bin in die Ghettos, habe ich besucht. Da gab es sogar Schießereien mit Russen. Da sind wir hingefahren. Ja, Kinder haben die Ratten da aus dem Fenster geworfen. Das war einfach schrecklich. Drogen. Also, das war wirklich eine ganz finstere Gegend. Gerade in dieser Zeit. Dachtest du, Freunde, ich gehe wieder. Ich will nach Hause. Nein, eigentlich nicht. Warum nicht? Weil ich gesehen habe, dass Gott da gewirkt hat. Er hat den Mafiaboss Drogen freigemacht. Die haben ihre Frauen. losgelassen. Die haben aufgehört mit Spielsucht. Die waren ja Tag und Nacht in die Spielhölle. Die haben ihre Frauen geschickt. Die haben das Geld gebracht in die Spielhalle. Und die haben da drin geschlafen in die Halle. Die waren ja rund um die Uhr auf. Die Wietnamesen hatten die bis das. Das war alles Mafia. Die Russen waren da drin. Die Wietnamesen. Und die Roma waren alles da drin. Und ja, manchmal war Schrägerei da. Ganz schlimm, aber da war ich ja nicht dabei. Aber dann haben sich ja immer mehr bekehrt. Wir haben 40 Täuflinge gehabt. Warum haben die sich bekehrt? Hast du dir eine Taktik überlegt? Oder bist du einfach rein mitten in die Szene? Da war schon eine kleine Gruppe bekehrt. Und da hat er damit gearbeitet. Nur für mich war das ja fremd. Zuhilter-Milieu. Mafia. Ich wusste echt gar nicht, wie das abgeht. Die haben ja Gelder verlangt und alles Mögliche. Das ist eine lange Geschichte. Das muss ich gar nicht erzählen. Da musste ich mich erstmal hineindenken, was hier abgeht. Welche Finsternis. Dass die Frau einfach hin und her geschoben wird wie Kartenspiel. Ja, so die, die. Die wird verkauft. Die wird behalten. Eine Katastrophe ist da passiert. Und das hörte praktisch dann auf. Zudem in diesem Kreis. Und da haben wir evangelisiert. Da haben wir die Stadthalle gemietet. Da kamen 500 Roma. Und da haben sich da 80 bekehrt, 50 bekehrt. Da sind wir nach Hannow gefahren. Kann ich kurz unterbrechen? Ja, ja. Du sprichst von Bekehren. Wie lautet die Botschaft? Ja, ich habe gepredigt. Ich habe immer zu Herzen genommen. Augenblick. Ja. Du hast gepredigt und dann haben Menschen, du wirst ja nicht gesagt haben, hört auf mit der Frauenschieberei. Nein. Sondern du hast ja wahrscheinlich was ganz anderes gesagt. Hätte ich gesagt, hört auf mit euren Frauen und so. Da hätten sie mich wahrscheinlich verprügelt. Erschossen. Ja, erschossen. Das geht ja auch gar nicht. Keiner will seine Frauen. Das war ihr Unterhalt. Da haben sie ja gelebt. War ja auch ein Statussymbol. Je mehr Frauen, desto besser. Ja, ja, natürlich. Mit Goldketschen und alles. Ja, genau. Und dann gibt deine Frauen weg, die hätten mir was gewusst. Ich habe Jesus Christus gepredigt. Ich habe die Sünde gepredigt. Ich habe die Hölle gepredigt. Ich habe gesagt, das ist Sünde. Das geht ja für in die Hölle. Habe ich gepredigt. Ja, und ihr trägt ein schwarzes Herz in euren Herzen. Habe ich gesagt. Und das bringt euch in die Finsternis. Und ich habe auch gesagt, ich weiß, dass euch keiner liebt auf dieser Welt. Ich weiß, dass ihr Familien verengt seid. Die Familiengemeinschaft war sehr eng. Die Tschechen haben die Roma überhaupt nicht gemocht. Ob sie gut oder schlecht sind, hat es keinen interessiert. Gerade da nicht. Aber dann ist es passiert. Ich weiß auch nicht, der Geist Gottes hat so gewirkt, dass sie Sündenbekenntnisse haben. Also du hast ihnen im Prinzip vorgehalten, Freunde, so wie ihr lebt, werdet ihr in der Hölle enden. Ja, letztendlich. Die Sünde. Die Sünde führt zum Tod. Ja, auch im Vorlauf habe ich gesagt, ihr habt keine Lebensfreude. Ihr habt Selbstmordgedanken. Und die haben gesagt, wie weißt du das? Das war ja nicht nur fiktiv, diese Aussage. Das war ja nicht nur, ich sag mal irgendwas, werf es in den Raum, vielleicht trifft irgendwas. Sondern durch deine Begegnung wusstest du ja, was da läuft. Wie die sind, oder? Nein, das hat mir wie zum Beispiel, wenn da 100 Leute da sind und du sagst, hier hat einer Selbstmordgedanken. Da hast du immer zwei, drei Treffer. Aber wenn du spezifisch hingehst zu einer Person und sagst, du bist traurig. Du hast Depressionen, du hast Selbstmord, du willst dich umbringen. Dann sagst du, wie weiß er das? Woher weiß der das? Ja. Und ich kenne ihn nicht, aber nicht mal seinen Namen. Und da brechen sie zusammen. Und da hat so der Geist Gottes gewirkt, dass sie sich bekehrt. Die Sündenbekenntnisse haben sie bekommen. Die wussten ja gar nicht, dass das Sünde ist. Hatten sie nicht in ihrem Bewusstsein. Das hat wirklich der Geist Gottes ihnen offenbart. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich habe ja nichts mehr gemacht, als das Evangelium gepredigt, Jesus Christus eigentlich. Mir blieb auch nichts anderes übrig. Weil alles andere wäre Blödsinn, das ist ja gesprochen. Die hätten auf mich nicht gehört, als er weiß das. Ich habe wirklich das Evangelium gewonnen. Das ging in den Herzen. Auch hier, wenn der Marek erzählt hat. Der wird nachher noch was erzählen. Ja. Dem ist es genau das Gleiche passiert. Und das hat Gott gemacht. Und das ging dann wie ein Lauffeuer ging das. Die haben aufgehört Drogen, Alkohol, Zigaretten rauchen, ging arbeiten. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, da geht, der heißt Paulus, da geht er genauso vor. Da predigt er auch. Und er ist in einer Stadt und etliche glauben an Jesus. Da war ein ziemlicher Götzendienst in der City und diese Goldschmiede dachten, oh shit, wenn die sich jetzt alle bekehren, dann ist unser Gewinn, geht flöten. Und daraufhin haben diese Goldschmiede einen riesen Zoff angezettelt. Ich kann mir vorstellen, dass, als du dort gepredigt hast, das war ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen im Umfeld, oder? Sondern da traten doch sicher auch Gegner auf. Ja, ja, das hat ja nicht, er hat vielen nicht gefreut. Zum Beispiel, wie ich nach Ottawa kam, bei Michael Kaller, das war ja ein richtiger Gangster. Der war sechs Jahre im Gefängnis. Der hat zehn Männer verprügelt. Von denen hatten sie Angst gehabt, die ganze Stadt, die ganze Region. Du auch? Hä? Du auch? Ich kannte ihn ja gar nicht. Wieso ich Angst habe? Glückselige Ungewissheit. Ja, wir sind gerade im Ghetto. Da war Romano Adler, wie alles mit Anzug und Krawatte da, im Ghetto. So, da standen so fünf langhaarige, alle so muskulös, standen sie da, Bier in der Flasche in der Hand, ne? Und da saß Micha Kaller, ich kannte ihn nicht mit seiner Frau im weißen T-Shirt. Der saß da, hat sich hingegesetzt. Und wir haben über den Romano Adler Predigt und ich habe einen Aufruf gemacht und habe ihm ein schwarzes Herz gezeigt. Wer so ein schwarzes Herz hat, da wohnt der Satan drin. Hast du gesagt? Ja. Ne? Also konfrontativ. Ja, zur Bekehrung, ich habe erst im Evangelium gepredigt, ne? Sünde hin, ne? Vergebung. Und dann kam das mit dem Herzen, ne? Und da kam einer auf mich zu. Und ich hatte die Herzen in der Hand gehabt. Der schlägt ihm so und sagt, ich habe ein Czerny-Herz, ich habe ein schwarzes Herz, den will ich behalten. Dann sag ich, ist doch gut, dann behalt den doch, hab ich gesagt. Und ich will meine Herzen runter tun und der will mir einen Jab geben, ne? Gerade zieht er an. Und da kommt Micha Kaller auf. Dann. Gegen ihm. Gegen alle fünf. Und alle fünf Männer machen so. Gegen ihn. Wir wollen von dir nichts. Alle fünf. Der dachte schon, was ist das für ein Fettmann? Was ist das für ein Mann? Fünf solche Muskulöse machen so, ne? Und da kommt er hin und sagt, ich will Jesus in mein Herzen. Nein. Und dann macht er diesen Akt. Und dann nimmt er Jesus in sein Herz und bekehrt sich, bekommt den Geist Gottes. Es wird wiedergeboren. Und seitdem arbeiten wir zusammen, ne? Und ist jetzt ein großer Missionar, betreut vier Gemeinden. Er war Drogensüchtig, Alkoholsüchtig, ein Drogendealer war er, ein Schläger. Also unheimlich. Sogar eine Statistik ist aufgegangen, wie ich mit ihm gearbeitet habe in Rotawa und in der Region, ne? Jetzt pass auf, was da passiert ist. Da kam ein ganz berühmter Regisseur. David und noch was. Ist berühmt geworden. Töten auf Tschechisch. Kannst du mal googeln. Hat sogar einen Preis bekommen in Frankfurt deswegen. Und der hat gehört, was? Hier ist irgendwas passiert. Drogenfeier. Aber der war kein Christ. Der wusste nicht was, ne? Der kam in unsere Gemeinde, haben ihm das erzählt, ne? So. Und dann hat er recherchiert. Und dann kam das sogar im Fernsehen. Und tatsächlich haben sie eine Statistik erstellt von der ganzen Region. Kalowari. Kalowari ist der Hauptstadt der Region. Cheb, wo ganz schlimm war. Ne? Sokolow, Asch, Rotawa. Okay noch. Und Rotawa war mit so in die Kriminalität da oben. Und die ist runtergegangen bis auf Null. Bis auf Null. In die ganze Stadt nicht. Und da kam der Polizei. Wie kam das? Und da sind sie zu den Bürdermeistern gegangen. Und haben nachgefragt, warum hier keine Kriminalität mehr ist. Und haben gesagt, ja hier ist eine Kirche da unten. Die gehen da alle hin. Ja und dann kam das so. Tatsächlich habe ich gesagt, ja hier Gott. Und da kam die Polizei zu uns. Zwei Polizisten. Und da sagt sie zu mir, wer hat das hier alles gemacht? Wer hier? Dass die frei werden. Ich habe gesagt, ich weiß wer wer denn? Ich habe gesagt, Gott. Buch. Jesus Christus. Er guckt mich an wie ein Auto. Denkt, ich bin verrückt. Ne? Und der andere sagt, ja das stimmt. Ihr habt recht. Weil sie es selber gesehen haben. Die haben es selber gesehen. Die haben es selber gesehen. Die erlebt. Und sogar die Nichtchristen in die Stadt haben sich verändert. Sogar die Nichtchristen, die Roma haben sich verändert. Kannst du dir das vorstellen? Das hat alles Gott gemacht da in Rotawa. Und jetzt betreuen wir ein paar hundert Roma. Das ist wie ein Lauffeuer. Was heißt betreuen? Zum Beispiel in Rotawa haben wir ein Zentrum. Das war unsere Vision. 17 Jahre lang haben wir einen gesucht. Jetzt haben wir fertiggestellt. So und da kommen, wir haben auch eine Bibelschule. Wir haben jetzt circa 35 Studenten. Und die bilden wir aus. Die senden wir auch aus. Und was sie gelernt haben, lehren sie andere weiter. Das heißt in die Seelsorge. Ne? In die Predigen. Und jetzt haben wir Missionare. Wir haben schon vier Pastoren. Und so. Und die natürlich betreuen das Ghetto in Bersinor, Ghetto in Czeskalipa und Boleslav. Wie läuft das Leben in den Ghettos ab? Die Roma, die meisten leben in so Plattenbauen und sehr viele in Ghettos. Ausgesondert aus der Stadt. Eingefärcht wie die Hühner. Zum Beispiel Czeskalipa. Da haben die für 21 Familien vier Duschen. Eine Küche. Und die müssen sie zehn Kronen noch bezahlen für Duschen. Und für Duschen und für Wasser. Dass sie Wasser nehmen. Und so können sie sich vorstellen, wie oft die duschen. Da haben sie die Kretze, die Läuse. Ja, meine Mutter ist da. Die hat Leukämie. Ihr Kind hat Leukämie. Es ist halt schrecklich. Die haben nichts anzuziehen. Wenig zu essen. Ihr geht da rein in die Ghettos? Ja. Was macht ihr da? Kleider bringen wir ihnen. Versuchen auch. Vielleicht einigen bezahlen wir sogar die Miete. Und sie haben auch Angst, dass die Tschechen sie rausschmeißen, wenn sie nicht die Miete zahlen. Ne? Und dann ist es immer so, dass die... Viele Roma haben wenig oder gar nichts zu essen, weil sie sehr viele Kinder haben auch. Und die kriegen eigentlich nur Sozialhilfe. Und die werden auch nicht gefördert, integriert überhaupt nicht. Die Tschechen wollen die Roma überhaupt nicht so schlaut sagen. Die wollen sie nicht haben, ob sie gut oder schlecht sind. Die wollen diese Volksgruppe nicht haben in ihrem Land. Die wollen problemlos Roma-frei werden in Tschechien. Aber die Roma jetzt in den Ghettos, die müssen sich entscheiden, Miete oder Essen. Kinder essen. Kaufen sie für die Kinder Essen. Haben sie keine Miete. Haben sie keine Miete. Und der Vater ist Alkoholiker, versäuft alles. Frau ist mit vier Kindern da. Ne? Weil der ist fertig, der weiß, er kann seine Familie nicht ernähren. Ne? Also, viele sind drogensüchtig, auch einige. Sie nehmen Drogen, so. Also, nur Schwierigkeiten. Und dann kommt Jesus Christus und kriegen sie plötzlich Frieden. Sie kriegen wieder Lebensfreude. Und sie singen sogar immer das Lied. Das heißt, Gott, du bist mit uns. Du liebst uns. Deswegen lieben wir dich auch. Du bist für mich gestorben, hast unsere Sünden weggenommen. Das ist was ganz Besonderes für die Roma. Weil es das ungeliebteste Volk ist in Europa. Keiner will sie haben. Keiner. Ob sie gut oder schlecht sind. Aber einer will sie haben. Das ist Jesus Christus. Und das kann man öffentlich sehen. Die größte Erweckung in ganz Europa ist unter die Roma. Das ist Fakt. Die Botschaft heißt also nicht, bekehr dich zu Jesus, dann hast du was zu essen? Nein. Das würde nicht funktionieren? Nein. Bekehr dich zu Jesus, dann hast du einen Job. Auch nicht. Würde nicht funktionieren. Bekehr dich zu Jesus, dann geht es deinen Kindern besser. Auch nicht. Sondern, bekehr dich zu Jesus, damit du kein schwarzes Herz mehr hast. Ja. Dass deine Sünde vergeben ist. Und dass du ein weißes Herz bekommst. Ja. Und der Himmel auf ewig dir offen steht. Ja. Das ist die Botschaft. Dass sie geliebt sind. Dass sie sind und sie tun Buße aus den Herzen, weinen. Und dann spüren sie Freiheit. Sie spüren, dass sie ein weißes Herz haben. Und dann haben sie wieder ganz neue Lebensfreude. Natürlich sind die ganzen Probleme da. Aber die Freude soll schon mal da sein. Um was betest du, Rudi? Arbeiter. Die Roma sollen selbst ihr Volk selbstständig begleiten. Die äußeren Umstände, diese Ablehnung von außen, die geht ja nicht automatisch weg. Nein. Die besteht ja. Das heißt, es ist ein Volk, das permanent mit Druck lebt. Mit Ablehnung. Ja. Es spielt keine Rolle, ob ein Roma jetzt arbeiten geht oder nicht. Er bleibt ungeliebt. Es ist egal, wie sie sich geben. Und deswegen sind sie zusammengehalten, weil sie wissen, wenn der Kern der Familie zerbricht, sind sie verloren. Du musst bedenken, dass der Vater zehn Kinder oder acht hat. Dann gibt er das Ältere weg. Er gibt es weg, dass es ein besseres Leben hat. Da kam ein Deutscher und hat gesagt, ich gebe dir 5.000 Euro für das Mädchen. Ich sage, hier, nimm sie. Nimm sie, dass ihr besser geht. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Das ist oft so gewesen, ja. Das ist wirklich so. Ich will auch nicht daran denken, was der mit denen macht. Mit denen macht. Ja. Ja, manchmal kommen sie auch zurückgelaufen von dem Mann. Vielleicht gibt es da auch manche, die dann tatsächlich ein besseres Leben haben. Ja, kenne ich welche, haben besseres. Auch, ne? Ich kenne auch junge Frauen, eine Romafrau, 19 Jahre alt. Hat zwei Kinder gehabt. Kam aus Slowakei. Ging leider auch in ein Bordell. Hat aber ihre Mutter belogen. Hat ihr ganzes Geld immer hingeschickt, weil sie zwei Kinder hat. Der Mann war weg. Und dann haben sie sie in Reb umgebracht. Die junge Frau. Im Bordell. Kamen sogar in Zeitungen, alles. Wo unsere Gemeinde ist, vielleicht gar nicht so weit weg. Und da kam die Mutter aus Slowakei und die wusste von nichts, was sie macht. Und da kamen die bei uns in die Gemeinde, zu den Ältesten. Die war so, Schock hat sie bekommen. Ihre Haare hat sie rausgerissen. Hat geschrien, geweint. Meine Tochter. Das ist so öfters in der Art passiert, dass sie einfach Mädchen von uns umgebracht haben. Und da sagt kein Mensch was in Tschechien. Was macht das mit deinem Herz? Oh, Depression gehabt. Traurig. Geweint. Ja. Dadurch, weil ich konnte nicht helfen. Und da habe ich zu Jesus Christus geschrien. Warum ist das jetzt so passiert? Wir sind doch da und alles. Und da musste ich immer mehr verstehen, dass das nicht Gott ist. Sondern das macht die Sünde. Die Gottlosigkeit. Die Finsternis macht das. Hat Gott nichts mit zu tun. Ne. Sie hat sich in eine Finsternis begeben. Ne. Ich bin mir auch, wir sind ja auch in Häuser gegangen rein. In Ghettos. Und auch wo, wo es auch gefiel. Kanoff war gefährlich. Das war, da waren Verrufen ganz Tschechien. Die haben auch gesagt, Rudi, wenn du da reingehst, die ziehen sich dich aus da und verprügeln dich und so. Und da haben wir gebetet. Da haben wir gesagt, wir haben doch aber nichts. Wir müssen da rein. Und dann sind wir hingegangen, haben uns erstmal die Sache angesehen. Du kommst wirklich rein, aber du kommst nicht mehr raus. Das ist eine Einbahn. Ne. Und es war verrufen. 2000 Roma in dem Ghetto. Kannst du das vorstellen. Und wir sind da rein. Mit 20 Mann. Und mit großer Angst wahrscheinlich auch. Nein, nicht. Dann wären wir gar nicht gegangen. Okay. Wenn wir Angst haben, dann gehen wir nicht. Ne. Also da haben wir schon gebetet. Und wir haben den Kulturhaus gemietet. Und dann kamen 300 Roma zum Gottesdienst. 300. Und da haben wir evangelisiert, gepredigt. Haben sich 80 bekehrt auf einen Schlag. Und dann haben wir Gemeindegründungsarbeit mit 80. Und dann so ein Kräftiger war der. Dann haben wir dann nächste Woche als Türsteher genommen. Und du passt jetzt auf auf. Dass uns hier keiner umbringt. Das muss schon sein, oder? Also ich habe persönlich keine Angst. Nur meine Geschwister, die haben Angst. Die sagen, wir brauchen keinen toten Pastor. Haben sie mal gesagt. Der Micha Kaller. Und die passen auf mich halt auch. Auch in Reb, der ehemalige Mafia-Boss. Der hat gegessen. Ich bin 50 Meter zu meinem Auto runter. Da habe ich direkt Begleitung gehabt. Der hat mich nie alleine gelassen. Der ist da rumgelaufen, ne? Hast du auch schon Morddrohungen erhalten? Nein, noch nie. Nur einmal in Olivi. Da wollte mich einer mal verprügeln. Das war alles noch. Gott sei Dank. Und einmal war in Sokolow, war in meinem Ghetto. Aber da kam die Polizei direkt. Als Polizeischutz. Von Gott alleine, wenn wir da fungiert haben. Wenn man dich hört, dann schließt eines aus. Nämlich, du wirst mit Sicherheit nicht zurückgehen. Nach Neuwied, oder? Nein. Nein. Ja, unsere Arbeit ist noch nicht zu Ende. Wir wollen hier, wie Marek und andere ausbilden. Dass sie selber ihr Volk missionieren. Ich ziehe mich ja immer mehr zurück. Weil ich darf, ich habe jetzt momentan noch der große Chef. Aber wie lange lebe ich noch? Also habe ich gesagt, ich gebe jetzt den Rest, was ich noch lebe, hier alles rein. Bin ich halt noch Chef. Aber letztendlich, wenn ich tot bin, sie müssen das alles selber machen. Sie müssen selbstständig werden. Und da sind wir jetzt sehr extrem dran. Also wie Micha Kalla und Lahadi und doch. Da war schon Erfolg. Die arbeiten schon viel selbstständig. Ich mache auch eigene Evangelisationen. Sonst muss ich ja alles machen. Das machen die jetzt alles schon alleine. Das ist schon mal sehr gut. Also bald brauchen sie mich nicht mehr. Aber zurückgehen gehe ich nicht mehr. Also ich wüsste nicht warum. War ja auch eine eindeutige Führung in diese Arbeit rein von Gott. Ja. Muss man sich darauf verlassen. Ja. Vielen Dank. Ja. Ich danke. Was für eine Geschichte. Ja. Also nur das Wort hat sie begehrt. Das ist das. Nur predigen das Wort. Hätte ich mich gepredigt, hätte ich wahrscheinlich Schläge bekommen. Hätten sie mich verprügelt. Ehrlich. Und das wusste ich. Jesus, du musst das machen. Im Prinzip Bibel hochhalten und sagen, hier steht's. Nicht ich, sondern... Nee, nee. Ich habe gesagt, hör mal, du betreibst Hurei, du machst Untertuung. Du kannst doch nicht die Frauen aufstehen. Wo steht das? Hier. Im Bibel. Jesus sagt das. Nicht Rudi. Jesus. Ja, du sollst nicht stöhlen. Jesus. Hier sagt Jesus. Du sagst, ach Gott sagt das? Wir sollen nicht stöhlen. Sind die Roma... Gott sagt das. Nicht, der Rudi. Wenn die Polizei sagt, du sollst nicht stöhlen. Okay, der kriegst Strafe. Aber wenn hier Gott sagt, ist ja was ganz anderes, wenn Gott zu ihnen redet. Sind die Roma ein religiöses Volk? Ja, auch. Ja. Religiöse im Sinne von, sie haben noch eine Achtung oder da ist noch was im Background des Wissens aus der Geschichte oder so? Nee, die Roma glauben alle an Gott. Aber die wissen nicht, wer das ist. Die haben auch selbst Respekt vor altere Leute. Das ist genauso, ne? Die sind nicht frech zu Onkel, die sagen Onkel zu einem Fremden. Die sagen Guten Tag. Wenn du kämpfst, ständen die jungen Leute auf und hätten sie den Sitz angeboten. Also wenn du schwer tragst, nehmen sie dir das strikt auf die Hände. Die haben mir immer meine Koffer getragen. Ich kenn das auch von meinem Volk, ne? Da haben die jungen Leute immer gemacht. Onkel... Das war schon so, ne? Da hatten sie schon und sie glaubten schon an Gott. Aber die wussten nicht, wer das ist, was er will. Und wie wir gepredigt haben, das ist Sünde, das will Gott nicht das. Du sagst, ach ja, Gott will das nicht. Der Tscheche will das gar nicht. Gott will das nicht. Ja, so kam das dann richtig rüber anders bei denen. Und das hat dann richtig gefunkt. Es bekehren sich jedes Mal, wenn wir wirklich eine Evangelisation machen, bekehren sich vielleicht immer alle, die kommen. Fast immer. Ne? Ne? Aber leider, Beispiel... In... In... Wie heißt das? In... In Boleslav, da kamen 120 zum ersten Gottesdienst. Da haben sich alle 120 bekehrt. Die sind sogar über die Stühle sind die gesprungen. Nach vorne. Oder auf Video. Was ist denn hier los? Der Aufruf. Kam die halt nach vorne, ne? Und dann kamen nochmal 60. Insgesamt haben sich 180 bekehrt. Sind aber nur 90 geblieben. Und jetzt leider nur 70. Viele konnten wir nicht mehr erreichen, weil die zu weit weg wohnten. Die sind ja von überall hergekommen, ne? Die haben auch keine Arbeit gehabt, ne? Und einige, die haben wahrscheinlich nur Ja gesagt, dann sind wir wieder gegangen, ne? So. Aber egal wie viel bleiben, wir haben damit Arbeit. Du, wir können jetzt ständenlang zuhören, Rudi. Ja, ja. Wir müssen langsam zum Landeinflug kommen und meine banalen vier Schlussfragen. Oh. Oh. Ja. Ja. Also das Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und warum. Da bin ich jetzt gespannt, was da rauskommt. Frage eins. Ja, das ist meine Bibel. Hör mal, ne? Weil es einfach die Wahrheit ist. Und wenn wirklich, wenn ich lese und ich spüre, das betrifft mich, dann versuche ich das auch zu verändern. Und es ist immer gut, auch wenn es weh tut. Wer ist Gott für dich? Wer ist Gott für dich? Mein ganzes Leben. Zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren? Oh, wenn Roma mir Essen anbieten. Weil ich habe acht Kinder zugenommen. In jedem Haushalt musste ich essen. Du musst sein, musst sein. Die haben dich gezwungen. Weil das war eine Beleidigung, das Essen stehen zu lassen, ne? Jetzt schaffe ich das endlich. Was heißt Nein? Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben verbessert? Morgens stille Zeit zu machen. Und ich scanne fast jeden Morgen oder Nacht sogar mein Herz. Entweder abends oder morgens scanne ich. Lasse ich mich durchscannen von unserem Herrn Jesus Christus, was sich verkehrt gemacht, was gut war, ne? Und meistens findet er immer was Negatives. Aber ich kann es auch meistens wieder korrigieren. Also das habe ich mir wirklich angewohnt. Wirklich mein Herz mit meinem Gott durchleiten. Und ja, das bringt mich wieder immer gut voran. Letzte Frage. Plakatfrage. Ja, Jesus liebt dich auf jeden Fall. Jesus liebt dich. Ja, das ist eine Aussage. Schreiben wir es mal bitte hier auf... Auf Roma? Ja. Oh. Das heißt, Jesus liebt dich. Ja. Jesus kam meldet dort. Ich habe das mal zu einer Frau gesagt. Neuwied. Straßenarbeit. Die ist vorbeigegangen. Und ich habe gesagt, Jesus liebt dich. Die ist fast zusammengebrochen in den Tränen. So viele Menschen sind ungeliebt. Kannst dir gar nicht vorstellen. Das ist das Wort des Jahres. Jedes Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, dass die meisten von uns nicht mit Bodyguard durch die Lande ziehen, aber trotzdem eine Geschichte zu erzählen haben. Meldet euch. Info at superfromm.tv Vielleicht sitzt ihr dann bald hier und erzählt mir, erzählt uns eure Geschichte. Bis dahin. Bleibt oder werdet superfromm. Macht's gut. Tschüss. Du bist wieder seitichtlich. Deine Story. Solangan. Kannst du k 81-Mars火 spauf in deinenków? Tschüss. All camera. powdered values. Austaus. Cool. Bast容 in deinen benefited. Vielen Dank.